Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Zwiesisch Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ja, ich wünsche natürlich zunächst erstmal allen von euch ein gesundes, frohes und hoffentlich erfolgreiches neues Jahr. 2022 wird hoffentlich für uns alle sehr, sehr viel Spaß bringen, was den Rennsport angeht, den Rennsport aus Schweden natürlich vor allen Dingen und ich hoffe natürlich, dass wir das ein oder andere Mal gemeinsam auch mit unserer www.trotto.de-Tippgemeinschaft erfolgreich sein werden. Deswegen schaut regelmäßig auch 2022 bei www.trotto.de und www.hufer.de rein. Dort gibt es nicht nur die Neuesten Informationen, es gibt auch die einzig wahren Tippgemeinschaften in Deutschland. Es gibt auch bei anderen Anbietern Tippgemeinschaften, aber das sind hier die einzig wahren Tippgemeinschaften bei uns auf www.trotto.de, wo nämlich ihr aus dem Forum mitbestimmen könnt, ihr könnt Kapitän sein und ich hoffe einfach natürlich, dass 2022 für uns alle ein gutes Jahr werden wird und deswegen sage ich erstmal Hallo, herzlich Willkommen 2022 und auf geht's in die V75 nach Bollnes. Wir fahren nach Bollnes, ein Ort ungefähr 300 Kilometer nordwestlich von Stockholm gelegen, auf die dortige Rennbahn, die dortige Rennbahn, die unter anderem Heimat von Ulf Eriksson und Thomas Pettersson ist, die auch hier im Einsatz sind natürlich heute und wir haben die erste V75 des Jahres. Es ist Samstag, der 1. Januar und natürlich ganz normal geht's los um 14.45 Uhr mit dem ersten Rennen und um 16.20 Uhr mit dem Start der V75. Ich möchte heute das Ganze ein bisschen schneller durchlaufen lassen, denn ich glaube, wir haben alle natürlich noch von gestern von Axel Waller, dass so die Rennen noch im Kopf und ich denke, dass diese V75 heute durchaus interessant ist, aber ich möchte euch auch die Gelegenheit geben, dass ihr euch selber ein kleines Bild machen könnt, deswegen ganz schnell durch die Rennen, eine etwas kürzere Version heute von Jörns Swedish Racing World und wir wollen dann mal schauen. V75.1, das ist die Klasse 1 über 2.141 Meter Bänderstart und hier sollte eigentlich vieles auf die Nummer 4 Ossis Melody mit Erik Adizson hinauslaufen. Ossis Melody, zuletzt siegreich in Rommel gewesen am 23.12., davor auch in Zur Waller schon mit Erik Adizson siegreich gewesen, das heißt, Erik Adizson kennt auch Ossis Melody aus dem Start von Erik Lindegren und deswegen denke ich, dass die Ossis Melody durchaus gute Chancen haben sollte. Interessant ist nämlich Nummer 6 Astrum mit Mika Force. Mika Force fährt ein Pferd aus dem Stall von Anti-Betti-Leinen, das ist ein Finne, der bringt das Pferd jetzt zurück, oder bringt es jetzt erstmals nach Schweden und dieser Astrum hat es jetzt in Wermo und in Rovaniemi im Rahmen des Ice Cups gewonnen. Das war ja so ein Rennen, was wirklich bei minus 20 Grad, wo ganz viele Topstars dabei waren, unter anderem auch Jos Verbeck, hat er dort ein Rennen gewonnen im Rahmen der dortigen V75 und zuletzt in Wermo in Helsinki nochmal erfolgreich gewesen und wenn Mika Force ein Pferd von einem finnischen Trainer fährt, da muss man immer aufpassen, also die Nummer 6 Astrum muss hier auf jeden Fall mit. Mit muss aber auch die Nummer 9 No Dope mit Emilia Leo mit drei Siegen aus fünf Starts, zuletzt erfolgreich gewesen und die 10 Madame of Jimpura mit Thomas Pettersson, zuletzt dritter Platz in Zavala, davor zwei Siege in Bollnes auf der heutigen Bahn. Also ich glaube, diese Madame of Jimpura, von der wir noch einiges hören, die muss auf jeden Fall auch mit. V75-1, die Klass 1, wir nehmen mit die Nummer 4 Aussies Melody, die Nummer 6 Astrum, die Nummer 9 No Doubt und die 10 Madame of Jimpura. Ouré, die Pokar Nummer 5, hat hier tolle Formen stehen mit Max Duce, die stammen wir mal aus dem Reiten und da habe ich doch so ein bisschen mehr Zweifel, ob das Pferd vor dem Suliki genauso gut ist wie bei dem Montierring. V75-2, das ist die Kaltblutsdivision, das ist also die STL-Kaltblüter für die Kaltblüter. Es geht aus zwei Bändern, die Pferde 1 bis 4 von der Grunddistanz, 2140 Meter, die Pferde 5 bis 9 aus der Distanz von 2160 Meter und ich gehe hier ganz klar mit der Programm Nummer 8, Don Biking und Max Duce. Don Biking, zuletzt viert und zweitplatziert mit Max Duce in Berserker, davor gab es jedoch in Scheleftia am 15.10. einen Sieg und auch einen Sieg im Reiten in Romme am 19.11. Dieser Don Biking, der kann einiges. Das ist ein tolles Pferd, der ist schon 13 Jahre alt, hat aber einige tolle Schlachten schon geschlagen. Also Don Biking, die Programm Nummer 8, muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Aber auch die 7, Alfie mit Rikard Skoklund. Alfie, zuletzt viertplatziert in Bones gewesen, davor aber mit Rikard Skoklund am 30.11. Siegreich. Das heißt also, Rikard Skoklund und die Bahn in Bones kennt hier Alfie sehr, sehr gut, muss hier auf jeden Fall mitgenommen werden. Philipp S., die Programm Nummer 6, muss natürlich auch mitgenommen werden. Er hat sich immer mit dem Besten herumgeschlagen, war teilweise Dritt und Vier platziert, hat im Oktober sogar einmal den haushohen Favoriten geschlagen. Damals, das war eine richtige Sensation, wie er aus dem Brücken da noch angeschossen kam und den haushohen Favoriten in zur Wahl da weggehauen hat. Also dieser Philipp S., die Programm Nummer 6 mit Erik Adelsson aus dem Start von Oelstein-Thompsland, muss hier auf jeden Fall mit. Und die Nummer 9, Björs Frey mit Jorma Conteo, muss man auf jeden Fall auch beachten. Auch wenn er die letzten drei Male nur Zweit- und Drittplatziert war. Bei einem guten Rennen kann er die Nummer 9 auf jeden Fall gewinnen. V75-6, Kaltblutsdivision. Wir nehmen mit die Nummer 6, Philipp S., die 7, Alfie, die 8, Don Biking und die 9, Björs Frey. V75-3, das ist die Klass 2, über 2.640 Meter Autostart. Und hier habe ich richtig Mumm auf die 2 Global Classified mit Matthias Diusse. Global Classified kommt mit 3 Siegen und 2 zweiten Plätzen aus den letzten 5 Startsjahren abgerufen. Hat in Romme zuletzt 2 Mal gewonnen. Davor in Eskitz-Tuna, einmal siegreich, einmal 2 platziert gewesen. Dieser 4-jährige Bolt Igersson, für mich ja die absolute Nummer 1 in diesem Rennen. Denn Mats Diusse, Entschuldigung, Mats Diusse natürlich immer ein bisschen gefährlich, weil er manchmal auch ein bisschen, Matthias Diusse, ein bisschen komisch fährt. Aber Global Classified kann hier durchaus für mich eigentlich nur sich selbst schlagen. Die Elf, Rocky Boy, ist auch so ein Kandidat. Oskar J. Andersson fährt Rocky Boy. Die Programm Nummer 11, zuletzt 2 Mal siegreich gewesen, in Jäbel und zur Waller. Und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Einmal gewinnt Oskar J. Andersson ein V-75-Rennen, wenn ein Bollnes V-75 ist. Und das war am 11.09. so hat er auch mit ein V-75-Rennen gewonnen. Das war davor im Juli 2020 der Fall. Also wenn eine V-75 in Bollnes ist, dann ist Oskar J. Andersson mindestens einmal im Winner-Circle. Rocky Boy, beim Ausfall von Global Classified kann das hier durchaus gehen. Die Programm Nummer 11 muss auf jeden Fall mit. Und mit muss auf jeden Fall auch die Programm Nummer 12, May Kim Young mit Per Lennertson. May Kim Young, zuletzt zweimal siegreich in Somala und Eskitz-Tuna gewesen, hat sich da riesig verkauft. Startplatz 12 über die lange Distanz muss jetzt hier kein Nachteil sein. Und deswegen sage ich auch, die Programm Nummer 12, May Kim Young, hier mitnehmen. V-75-3, das ist die STL-Klasse 2-Divisionsvorlauf. Wir nehmen mit die Programm Nummer 2, Global Classified. Die 11, Rocket Boy und die 12, May Kim Young. V-75-4, das ist ein Stutenlauf, kein Divisionslauf, sondern einfach ein klassischer Stutenlauf für die Kaltblüterinnen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein klassisches Kaltblutrennen, Stutenrennen, startet aus drei Bändern. Die Pferde 1 bis 5 von der Grunddistanz über 2.140 Meter, die Pferde 6 bis 10, 2.160 Meter. Und die Pferde 11 bis 15, 2.180 Meter. Und ich habe hier richtig Mumm auf die vier. Rote Linn mit Mats Djusse. Rote Linn ist zwar auch keine Siegerin, sie hat jetzt ein ganz paar mal tolle Platzierungen geholt. Zweimal zweitplatziert mit Mats Djusse und mit Christian Söderholm in Ümeer und in Sundswall. Sie steht jetzt hier sehr günstig im ersten Band. Also wenn die vorne gut wegkommt, ist hier Rote Linn für mich ganz eindeutig eine Siegkandidate. Aber auch Rönnings Gutten, die Programm Nummer 6 mit Thomas Pettersson, muss natürlich mit auf den Schein. Zuletzt mit Oberlinquist in Ümeer, am 14.12. siegreich gewesen. Davor mit Thomas Pettersson in Jäwele, auch ebenfalls erfolgreich gewesen. Dann nochmal zwei Siege mit Oberlinquist, Oberlinquist und Thomas Pettersson. Rönnings Gutten, hier die Stute, muss auf jeden Fall hier mit, auf jeden Fall auch mit auf den Schein. Wir nehmen ebenfalls mit die Programm Nummer 8 Schiösterner mit Ulf Olsen. Schiösterner war noch am 25.12. im Rahmen der V75 in Ümeer am Ablauf. Hat dort einen tollen zweiten Platz geholt und Schiösterner ist hier für mich absolute Siegkandidatin. Die Programm Nummer 8 muss hier mit auf den Schein. Kein Siegkandidat in dem Sinne, aber mit auf den Schein muss die Nummer 9 Tippex mit Johanna Stark. Tippex war nämlich zuletzt zweitplatziert in Romme und da ist er richtig stark gelaufen. Davor gab es noch einen dritten und vierten Platz in Romme. Er ist jetzt kein Siegkandidat, aber dieser Tippex hängt sich immer voll rein. Hab war auch schon teilweise geschlagen und zog dann nochmal an. Also den sollte man zumindest mal so als Außenseiter mitnehmen. Und natürlich mitnehmen muss man auch die Programm Nummer 13 Busker Blück mit Robert Berg. Robert Berg hat zuletzt in Orbi mit Busker Blück gewonnen. Zum letzten Siegreich dort. Davor gab es nochmal einen Sieg mit Magnus Jusse in Romme. Also auch die Nummer 13 Busker Blück sollte man hier auf jeden Fall beachten. V75, 8 Völdo Stone. Wir nehmen mit die Programm 4 Rote Linnen, die 6 Röningsguten, die 8 Schiösterner, die 9 Tippex als kleine Außenseiter und die Nummer 13 Busker Blück. V75, 4, das ist die Silberdivision über 1.640 Meter. Und hier habe ich eigentlich nur zwei Fälle, die in Frage kommen, oder eigentlich drei Fälle, wenn man so möchte. Das ist einmal die Nummer 2 Fortun Meras mit Jimmy H. Andersson, die 3 Hector Boko mit Thomas Pettersson und die Programm Nummer 9 Kriterion mit Mats Jusse. Fortun Meras ist aus dem Stall von Peter Untersteiner vor einiger Zeit gewechselt zu Jimmy H. Andersson. Der hat ihn erstmals in Buenos am 10.12. vorgestellt. Dort gab es einen dritten Platz. Ich glaube, dass der dritte Platz noch so gebraucht worden ist, dass man noch so ein bisschen sich hat versucht einzuleben. Und jetzt Fortun Meras, die Programm Nummer 2, hier für mich ernst zu nehmen, der Siegkandidat ist. Nummer 2 mit Jimmy H. Andersson. Hector Boko kennen wir eigentlich auch aus dem Montee. Ein tolles Montee-Pferd aus dem Stall von Hans-Ulrich Bornmann. Sibylle Tinte ist die Trainerin. Hat zuletzt mit Klaas Schiöström, aber auch toll in Eskilstun am 1.12. gekämpft. Hat nur haarscharf verloren. Davor gab es noch mal vor dem Fahren mit Magnus Duce einen zweiten Platz am 19.11. in Zurwalla. Also Hector Boko, der kann beides. Der kann laufen, der kann reiten. Den muss man hier auf jeden Fall in meinen Augen mit dabei haben. Kriterion. Die Programm Nummer 9 hat zuletzt in Jäwele am 19.12. gut gewonnen. Aus dem Stall von Frederic Wallin, für den es jetzt halt auch absolut super läuft gerade. Ich sage nur Sayonara in Paris-Versin. Zwei tolle Leistungen abgeliefert. Und Frederic Wallin ist immer gefährlich mit Mats Duce, diese Kombi. Kriterion. Zuletzt hat er mal wieder gewonnen nach langer Zeit. Ob das heute nochmal klappt, weiß ich nicht. Aber mitnehmen sollte man ihn auf jeden Fall. Die Programm Nummer 9. V75-5, die Silberdivision. Wir nehmen mit die zwei Fortiomeras, die drei Hector Boko und die neuen Kriterion. Wer noch einen kleinen Außenseiter möchte, nimmt sich noch die Programm Nummer 10, Dark Roadster, mit. Dark Roadster ist jetzt dreimal knapp geschlagen gewesen. Einmal siegreich in Örebro, danach zweimal in Romme zweitplatziert gewesen. Der kann auch hier richtig überraschen. Allerdings kurze Strecke. Das ist immer so die große Fahrt, das klappt. Und auch die Nummer 11 in die Lane mit Jörn Marcontio über die kurze Strecke von dem Startplatz. Weiß ich nicht. Kann funktionieren. Nummer 8 kann man hier durch. Die Nummer 11, der 8-jährige Ready Cash Zone, kann man hier durchaus mitnehmen. V75-6, das ist die Diamant-Stuit-Abteilung. Und hier stehe ich natürlich unser Herz für Green Mamba, die Programm Nummer 14 mit Pelle Natson. Green Mamba, die deutsch gezogene Stute. Zuletzt mit Pelle Natson siegreich gewesen am 10.12. in Zorvala. Danach gab es mit Erik Adizor im Rahmen der V75 einen dritten Platz. Das war ein bisschen enttäuschend. Und heute hat hier Green Mamba in meinen Augen wieder richtig gute Chancen fallen, dabei zu sein. Die Programm Nummer 14. Green Mamba muss hier mit auf den Schein. Die 15. Bowling Elmar mit Daniel Weyerstein muss natürlich auch mit auf den Schein. Zuletzt in Östersund mit Max Duce siegreich gewesen. Davor gab es unter anderem auch mit Eulian Schildström einen spektakulären Sieg in Solengit im Oktober. Danach nochmal in Eskitz-Tuna und in Sundswahl-Platzierungen. Also diese Bowling Elmar mit Daniel Weyerstein muss ebenfalls hier mit. Daniel Weyerstein gerade top in Form. Der aufstehende Trainer, ich glaube über den werden wir dieses Jahr 2022 noch einiges hören. Er muss auf jeden Fall hier mit auf den Schein. Mit auf den Schein aber auch, wo sollte man nehmen, als kein Außenseiter oder Außenseiterin, die Nummer 4, Dan Ruff mit Peter Eriksson. Peter Eriksson hat nämlich in Ümeer im Rahmen der V75 zweimal richtig für Furore gesorgt und war auch mit Dan Ruff hier als riesen Außenseiterin zweitplatziert am 25.12. Davor gab es in Bollnes schon mal einen zweiten Platz über die kurze Distanz. Also Dan Ruff, die steht zum Sieg. Das ist eine Stute, die steht kurz vor ihrem ersten Sieg im Rahmen der V75. Sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen, die Programm Nummer 4. Und Freunde von Außenseitern, von richtigen Außenseitern, die Programm Nummer 11, Muset of Jimp Mürer. Da haben wir also wieder die Jimp Mürers ans Herz gelegt mit Thomas Petersson. Der Sieg nämlich in Sunds war am 15.12 und der war richtig beeindruckend. Davor gab es Platzierungen, zweiter Platz in Bollnes unter anderem. Das heißt auch hier wieder, die Stute kennt die Bahn, kann man auf jeden Fall mitnehmen. V75-6, das ist die Diamantstour-Adaptein. Wir nehmen mit die 4, Dan Ruff. Dann nehmen wir mit die Nummer 11, Muset of Jimp Mürer. Die 14, Green Mamba und die 15, Bowling Elmar. Wenn man realistisch ist, sollte es eigentlich hier auf ein Duell zwischen der 14 und der 15 herauslaufen. Aber wir wissen, Diamantstour, da kann einiges passieren. Und das abschließende 11. V75-Rennen. Das ist die Bronze-Division, noch einmal über 2.140 Meter. Und hier sollte man sich auf jeden Fall einige Fähne nochmal aussuchen, denn hier kann einiges passieren. Ich gehe mit der 6, Arch Lane und Ulf Olsen. Arch Lane aus dem Stall von Jennifer Persson. Zuletzt 4, platziert in Rom am 18.12 im Rahmen der V75. Davor gab es aber 2 Siege, die waren echt beeindruckend. Und Ulf Olsen und Jennifer Persson, das ist eine Kombi, die funktioniert echt klasse. Also ich habe hier richtig Mumm auf. Die bekommen wir 6, Arch Lane. Nicht Arch, sondern Arch Lane. So heißt das Pferd. Interessant für mich untergekommen in diesem Rennen ist die Nummer 11, Big Shot mit Kai Yusila. Big Shot zuletzt in Sobala sogar siegreich gewesen am 15.10. Danach lief es nicht mehr ganz so rund. Zwei dritte Plätze, ein sechster Platz. Aber wenn sich dieser Maharaja-Sohn hier so ein bisschen verstecken kann und am Ende dann seinen Speed rausholen kann, dann kann Kai P. Yusila hier durchaus überraschen mit der Nummer 11, Big Shot. Interessant ist natürlich auch die Nummer 1, Jacobi Kieper mit Torpion Jansson aus dem Stall von Dave Vieters. Jacobi Kieper zuletzt zweimal siegreich mit Torpion Jansson, einmal drittplatziert. Allerdings kommt er aus einer langen Pause. Der letzte Start war am 8.05. Und deswegen würde ich hier noch ein bisschen mit Vorsicht walten lassen. Die Nummer 3, Soh Tan mit Hannah Forshlin. Zuletzt in Sons war am 15.12. ebenfalls siegreich gewesen. Kann hier durchaus überraschen. Genauso wie die vier Tale of Jaxx mit Minius Lön. Tale of Jaxx in Bollner ist am 30.11. siegreich gewesen. Danach gab es nur einen sechsten Platz in Rommel. Aber ich glaube, dieser Tale of Jaxx, der kann hier ebenfalls durchaus überraschen. V 75-7, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die Nummer 1, Jacobi Kieper, wobei er aus der Pause kommt, muss man gucken. Die drei, Soh Tan, die vier, Tale of Jaxx, die sechs, Arch Lane, mein Mumu-Pferd und mein Sieger an diesem Rennen. Die Nummer 12, Dollar-Doc und mit Jürgen SS Eriksson, habe ich gerade vergessen, sollte man auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und die 11, Big Shot mit Kai P. Jussina. Ihr seht also, es ist ein Rennen, wirklich eine V 75, da ist einiges los. Und auch wenn wir erst gestern Axel Waller Multi-Jackboard haben, lohnt es sich auch bei dieser V 75 dabei zu sein. Denkt dran, ihr könnt alle Rennen auf www.trotto.de bebetten und natürlich auch sehen. Das ist ja auch das Besondere bei uns, dass ihr auch die Rennen bei uns nicht nur bebetten, sondern auch sehen könnt. Und deswegen schaut rein bei uns auf www.trotto.de, www.hufer.de. Und ich freue mich, wenn wir dann auch im Januar oder Februar die eine oder andere Tipp-Gemannschaft gemeinsam wieder spielen werden. Auch das gibt es exklusiv nur bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Deswegen jetzt heißt es liken, abonnieren, wiederkehren. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder dabei seid. Auch in diesem Jahr mich unterstützt mit Jörns Swedish Racing World exklusiv hier auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ich sage nochmal, ein frohes neues Jahr, ganz viel Erfolg mit der ersten V 75 aus Bollnes und natürlich Lüka Till.